Die dritte Liga ist zurück. Drei Monate nach diesem verrückten Saisonfinale. Würzburg steigt in die zweite Bundesliga auf. Am Ende schafft es der MSV also nicht in die Relegation. Jetzt ist die Erlösung da. Ein weiteres Jahr dritte Liga mit Zwickau. Jetzt werden die Karten neu gemischt. Sechs neue in Liga 3. Darauf könnt ihr euch freuen. Drei Aufsteiger, die zum ersten Mal in der dritten Liga spielen. Neue Teams, neue Gesichter. Zeit um anzukommen? Gibt's hier nicht. Du musst direkt liefern, sonst geht es schnell wieder nach unten. Vier direkte Absteiger. Das ist brutal. Entscheidungen am letzten Spieltag haben in der dritten Liga Tradition. Jede fünfte Mannschaft steigt am Ende ab. Oft entscheidet nur ein einziges Tor über Verbleib oder Absturz. Wer hat die Nerven für diesen Kampf? Dramatik bis zum Schluss ist hier garantiert. Die Liste der Aufstiegskandidaten ist lang. Aber nur zwei davon gehen direkt hoch. Die Namen sind groß und das Selbstverständnis sagt, wir gehören nach oben. Aber um aufzusteigen, brauchst du die perfekte Saison. Die Typen dieser Liga bringen mal so richtig Erfahrung mit. Top-Torjäger, Abwehrkanten und Zauberfüße. Solche Spieler lieben die Fans. Die dritte Liga ist voll davon. Hier geht's nicht um Glamour und Millionen. Hier lebt der Fußball noch so richtig. Dynamo Dresden stellt die Machtverhältnisse im Osten auf die Probe. Saarbrücken heizt die Südwest-Derbys an. Vorherrschaft in München. Jetzt kommt auch noch Tierkücci dazu. So viele Derbys sind einzigartig. Das bietet nur die dritte Liga. Darauf kannst du dich freuen. Und das Beste ist, wir freuen uns auf euch. 5.000 Zuschauer am Betzenberg. 7.500 in Rostock und beim Derby in Magdeburg. Die Fans haben dem Fußball gefehlt. Jetzt kann es endlich wieder losgehen. Der Anfang ist gemacht. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.